Willkommen zu einer neuen Folge mit dem Jashow Exos Restart. Und wir testen heute Windows 98 aus. Denn wir wollten ja heute, ich wollte ja heute was machen mit Windows. So, wir gehen jetzt auf MyDoc. MyDoc, MyDoc. Das Wasser ist tot. Okay, wartet einen Moment. So, Problem geklärt. Ich habe es repariert. Was vorbereitet? Mit MP4. Ah, es funktioniert auch MP4. Und heute wollte ich ein bisschen herumspielen mit dem System schon wieder. Denn ich wollte heute ein bisschen mit... Ich probiere kurz mit dem MS-DOS Prompt aus. Simulation an. Warte kurz. H-I-L-P. Ist ja Virtual Box. Help Show Help. Da steht sogar noch Help Extra. H-I-L-P. Warte. Der Directory... Wo kann man... Wo kann man... Wo kann man was löschen? Warte kurz. Warte kurz. Kann ich auch... Warte kurz. Dear Help. Das funktioniert alles nicht. H-I-L-P. H-I-L-P. ... Das funktioniert nicht so wie ich es will. Warte. My Dog. Schorn. Hier nimmst du Schorn. Der Dings in diesem Textdatei. 1000 Megabyte. Sollten wir wieder löschen. Firefox Setup. Warum? Warum funktioniert das nicht? Schreib jetzt mal kurz einen Willkommentext. Bis gleich. So Leute. Ich bin jetzt fertig. Und der Willkommentext ist fertig. Willkommen zu Windows 98. Warte, die Maus springt. Warte kurz. Ich muss kurz ein Buch finden. Was weniger von allen Farben hat. Das Buch hier sieht mir gut aus. Ich muss grad ein Buch. Weil ich hab keine optische Maus. Ich brauch ein Buch. Oh, das Buch, was ich grad hier runtergelegt hab. Für die Maus. Das stört die Maus sehr. Der Maus sehr. Okay. So ist es gleich besser. So ist es gleich besser. Und es ist echt blöd. Es ist echt blöd, dass die Maus die ganze Zeit spinnt. So ist es gleich besser. So ist es gleich besser. So ist es gleich besser. Ich zeig's euch dann, wenn ich fertig bin. Leute, ich bin fertig. Und pass mal auf, was ich mal machen kann. Ich zeig's euch. Proz. Ja, ich weiß. Ja ich weiß. Ply. Und auch. Und da ist ja ich. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ey Leute, wo seid ihr? Scheiße Leute, das Bild ist so gemacht, dass ich es nicht mehr sehen kann, wo ihr seid. Ha, getarnt. Wir nehmen das hier. Das ist nicht so gut. Das ist auch gut. Und wenn man mit so 60 Minuten so ein Wordpad kann, kann man das auch gut nehmen? Das ist richtig gut, wenn man das nicht mehr nehmen kann. Wird dieses unterstützt? Blah. Scheiße, das wird nicht unterstützt. Kann ich auch wenigstens mal einen Dokument nehmen? Mit Dokuments. Wir nehmen das hier. So. Ich muss gleich wieder, ich muss kurz was prüfen. Alles wird einfach weiter. Weiter geht's, liebe Freunde. Das ist mein neues Setup-Dent-Decks. Und wir spielen heute Solitaire. Das Lieblingsspiel meines Opas. Können wir nicht einsetzen. Sieben. Vielleicht auf eine rote 8. Aber ich brauche wenigstens eine rote 9. Es kommt schon. Lass mich jetzt nicht hängen. Schade, dass es nicht funktioniert. Warte, die letzte Karte. Die können wir, glaube ich, als Dings einsetzen. Haben wir es damit grundsätzlich zerstört? Ich war nicht dran schuld. Eine rote 6. Leider kann ich die rote 6 nicht einsetzen. Ich will aber keine 6 haben. Okay, wir müssen neu starten. Neu starten. Oh, 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 neu starten. Run, Help, Settings Na ja dann Bis gleich Tschüss Tschüss Leute Und bis dem nächsten Video Bis zum nächsten Video